Musik Am meisten interessiert mich persönlich als Musiker und Singer-Songwriter die Markenbildung. Das ist einfach ein super Angebot. Austausch finde ich ganz wichtig und einfach Informationen. Wie man sich etabliert. Aber auch GEMA ist ein Thema. Super interessante Sachen auf jeden Fall. Die größten Lügen in der Musikbranche. Qualität setzt sich durch. Ich denke die größte Lüge ist, dass jeder glaubt, dass er alles kann. Plattenverträge finden auf Augenhöhe statt. Die zweitgrößte ist, dass jeder glaubt, dass er alles gut kann. Mit dem Erfolg kommt das Geld. Musik Ich habe gemerkt, die Leute, die hier sind, haben alle Bock. Das heißt, die haben eine Grundvoraussetzung, um sich weiterzuentwickeln. Weil du kriegst praktische Tipps und triffst neiter Leute und das ist nicht irgendwie doof. Die hören auch nicht nur blöd zu, sondern machen mit. Das heißt, hier entsteht ein großer Austausch auch untereinander, der jedem einfach nur helfen kann. Musik Musik